Hallo und herzlich willkommen bei Surviving the Aftermath, Folge 34. Hallöchen, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ich war sehr beschäftigt, aber jetzt nehme ich mal wieder eine kleine Folge aus. Baumaterial nicht ausreichend für Windturbine. Ach, wir haben keine Teile, die besorgen wir. Energieknappheit, Spezialist verfügbar, sie warten am Tor. Aber, da warten wir darauf, dass wir genug Geld haben. Was wollte der? 700, 575. Genau, sie sollen am Tor warten, das wird wahrscheinlich nichts. Ja, das können wir jetzt schon absehen. Oder ist ein Handelskonvoi, in drei Stunden kommt ein Handelskonvoi, da müssten wir nochmal Geld kriegen. Wir kriegen, ja, in drei Stunden ist Handelskonvoi da und dann können wir uns den Spezialisten leisten. Sehr gut. Das heißt, drei Kolonisten sind verstarrt, Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Ne, das ist der Werkzeugladen, hier ist der Schneider. Ja, wir forschen an, oh, wir sind bei Null Energie. Okay, Bau fertiggestellt, Speerturm. Da oben haben wir einen Speerturm fertiggestellt. Wir haben genug Leute, das heißt, der kann besetzt werden und dann kann er, oh, da wollte ich nicht hin. Dann kann er hier den Fog of War zur Seite drücken. Da werden wahrscheinlich jetzt noch ein paar Speertürme kommen, damit wir uns besser umschauen können. Ja, und dann können wir uns das hier leisten, das ist super. Ja, dann können wir uns den neuen Spezialisten leisten. Ja, Kleidung geht zu Ende. Da sind wir am, sind wir da, das habe ich in Auftrag gegeben, ne, habe ich nicht in Auftrag gegeben. Ressourcen, habe ich da nicht. Ne, Betonplünderung nicht. Die ersten kann das nicht sein, genau, das wäre Bewässerung. Waffenherstellung, Medizin, Sauberkeit. Hä, wo, ah, Motorsägenproduktion von Teilen. Nähmaschinen ist als nächstes eingereiht, quasi, sobald wir 500 haben. Und das wird passieren, sobald die Lieferung kommt. Und dann können wir hier das bezahlen. Das heißt, wir machen mal hier auf schnell. Und in wenigen Stunden Konvoi ist eingetroffen. Handelskonvoi ist eingetroffen. Wir haben 813. Yes! Rekrutieren. Wallaby! Dankeschön. Wallaby ist da. Wir haben einen Plünderer mit 90 Hitpoints. Und, ja, sehr schön. Wir haben einen neuen Plünderer, das ist wichtig. Und jetzt müssen wir noch Zeug einsammeln. Bau fertig. Späherturm. Da hinten ist Späherturm fertig. Handelskonvoi ist eingetroffen. Sehr schön. Wir haben Leute, die verstrahlt sind. Ah, unser Feldlazarett funktioniert nicht, weil wir gerade ein Problem haben mit Power. Machen wir mal die Zelte klar. Aber, ja, wir brauchen dringend. Wir sind unterwegs mit irgendwem, der uns Teile besorgt. Und dann müssen wir auch mal demnächst die Technologie erforschen, dass wir Gebäude haben, die uns diese Teile herstellen, die uns jetzt gerade fehlen. Gut. Und nebenbei müssen wir noch hier oben diese Ressourcen und so, ne? Erforschung von Nähmaschinen. Genau. Das geht nämlich jetzt los. Und da ist wieder die alte Frau. Düstere Vision. Eine ältere Kolonistin behauptet, von einer nahenden Bedrohung zu wissen. Sie zittert und ist sehr bestürzt. Ich habe sie gesehen. Eine blendende Welle der Zerstörung. Sie wird heute Nacht über uns kommen. Bevor die Leute sie nach weiteren Details fragen können, bricht die Kolonistin erschöpft zusammen. Die Leute wissen nicht, wie sie auf diese Neuigkeit reagieren sollen. Bereite dich auf radioaktiven Niederschlag vor. Für 20 Plastik, das wir haben. Bereite dich auf ein Feuer vor. Für 25 Holt. Bereite dich auf ein Meteor vor. Äh, wir bereiten uns auf einen radioaktiven Niederschlag vor. Diese Vision stellte ganz klar eine Warnung vor einem drohenden radioaktiven Niederschlag. Da die Kolonisten beginnen damit, die Gebäude zu sichern, bevor die Arbeiten richtig anlaufen, sieht man schwarzen Rauch und Flammen aus dem Notfallbunker schlagen. Die Zeichen scheinen falsch gedeutet worden zu sein. Äh. Okay, äh. Hups, da brennt's. So, einmal löschen, bitte. Einmal alle Mann löschen. Das kriegt ihr hin, oder? Ja. Okay. Ähm. Ja, Vorrat an Unterkunft ist stark beschädigt. Wir... Gut. Äh. So, verfluchte Schadung. Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Wie sieht's denn aus? Sechs haben wir. Okay. Wir sollten Handel treiben. Wir machen Handel. Wir brauchen entweder Teile oder wir haben hier Wissenschaft. Und das ist halt nah bei. Das ist gut. Und wir müssen in irgendeiner Form Geld bekommen. 196 Handel. Gut, dann machen wir jetzt mal hier. Wissenschaftspunkte bitte alle. Dann möchte ich euch verkaufen. Wir haben sehr viele Jod-Tabletten. 59. Ich verkaufe euch mal 20. Ähm. Wir haben ein bisschen Holz. Wir haben ein bisschen Metall. Ich verkaufe euch mal 150. Ähm. Mais, Kartoffeln, Plastik. Plastik müssen wir haushalten mit. Ähm. Antibiotika, Fleischmal, Beeren, Verschmutzung, Fasern könnte ich noch verkaufen. Oder Kakerlaken. Kakerlaken könnte ich verkaufen. Komponenten will ich nicht verkaufen. Abfallstoffe auch nicht. Oh. Wir haben sehr viele Medikamente. 163. Da können wir auch mal 20 von verkaufen. Für Geld. Und wir haben Benzin. Benzin können wir vielleicht noch gebrauchen. Äh. Jagdgewehr. Könnten wir auch einfach mal 5 verkaufen. Und. Dann haben wir schon 377. Super. Haben wir hier Teile. Wir haben hier keine Teile. Bestätigen. Bestätigen. Super. Das dauert jetzt einen Tag. 23 Stunden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Was ist hier los? Genau. Plastikabbau. Oder ich wollte nicht rauszoomen. Plastikabbau funktioniert nicht mehr. Wir haben nämlich keine Plastiklagerstätten mehr. Ähm. Ne. Wir haben keine Betonlagerstätten mehr. Oder? Genau. Wir haben Plastiklagerstätten. Aber wir haben keine Betonlagerstätten mehr. Genau. Ähm. Wir stellen keinen. Ich will nicht immer rauszoomen. Entschuldigung. Ähm. Wir haben keinen Beton mehr. Wir müssen unterirdischen Beton abbauen. Das heißt. In die Richtung müssen wir uns mal. Unterirdisches Metall. Unterirdisches Metall. Ähm. Hier ist Verschmutzung. Genau. Und wir gucken halt mit den Türmen jetzt hier. Was haben wir hier? Metall. Und Betonruine. Oh. Sehr gut. Äh. Wo sind meine Beton? Das hier sind Betonplünderer. Die setzen wir voll. Arbeitszone verlegen. Hier hinten haben wir noch Beton. Betonplünderung. Okay. Wir haben wieder Beton. Gott sei Dank. Äh. Feinde besiegt. Spezialisten einsatzbereit. Jawohl. Wir haben einen Teil der Mission hier abgeschlossen. Sieg. Feinde wurden besiegt. 191. Sehr gut. Plünderer. Bei der ersten Gruppe gab es nicht viel zu holen. Doch du schnappst dir alles was noch brauchbar ist. Für 300. Äh. Süßigkeiten. Sehr schön. Dann sind die nächsten Sachen hier unten. Und da. Ähm. Ich hätte jetzt gesagt. Mr. Duddle und Wheeler sind so drauf. dass sie noch. Dass sie noch einen nehmen könnten. Würde ich fast sagen. Ja. Dann gehen wir doch mal weiter mit den beiden. Und. Mr. Duddle. Ja. Du kämpfst eine Runde. Und dann. Kommt Wheeler hinterher. Und hier haben wir. Plünderung abgeschlossen. Wir haben. Kleidung. Geplündert. Ähm. Haben wir hier noch irgendwo Teile? Nee. Teile haben wir nicht. Aber sie hat Teile dabei. Sie hat Teile dabei. Wir können jetzt einfach zurück zur Kolonie gehen. Ja. Das dauert ein paar Runden. Aber. Äh. Das was sie dabei hat. Das gefällt mir alles. Und. Ingenieur. Ah ja. Hier unten. Äh. Der fährt hier hin. Genau. Ähm. Ähm. Mr. Duddle ist draußen. Wir könnten Arme Kuni rausschicken. Oder. Donner. Ja. Das könnten wir eigentlich mal machen. Wir könnten Donner und den neuen Plünderer rausschicken. Hier hin. Äh. Dann haben wir diese Nebenquest auch mal abgeschlossen. Also. Auf die Weltkarte. Und. Auf die Weltkarte. Und die beiden machen das jetzt. Ähm. Wallaby. Hier hin. Und. Sie. Attacke. Machen wir das zusammen. Äh. Nein. So. Machen die das zusammen. Dann haben wir die Queste auch demnächst mal abgeschlossen. So. Und jetzt kann es vorangehen. Ähm. Wir kriegen dann doch hoffentlich bald Sachen für die Windturbine. Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Jaja. Wir sind dabei. Äh. Wir arbeiten dran. Speerturm fertiggestellt. Da hinten. Da wird auch dann hoffentlich noch ein bisschen klarer. Was wir denn alles noch so sehen können, haben und abbauen dürfen. Äh. Ähm. Die Betonruine. Das hat ja auch super funktioniert. So. Und wir sind jetzt. Oh. Da können wir mal ein bisschen reparieren. Äh. Bei den Zelten können wir auch wieder ein bisschen zurückfahren. Was medizinische Versorgung angeht. Lagerstätte leer. Lagerstätte leer. Äh. Bären aufgebraucht. Okay. Haben wir hier sonst noch was an Bären. Haben wir hier irgendwo noch Bären. die wir abbauen können. Oh. 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 Hier liegen. Hier liegen Käfer und Zeug. Und das können wir auch mal größer machen hier. Zack. Da kann ein bisschen Fleisch abgebaut werden. Sehr schön. Fleisch abgebaut werden. Das klingt so falsch. Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Ja. Wir erforschen aber schon Nähmaschinen und dann können wir hier den Schneider upgraden. Lagerstätte. Achso. Die sind alle leer. Oh. Da ist die Verschmutzung geklärt. Dass wir hier auch vernünftig hinlaufen können. Äh. Wo haben wir denn noch Verschmutzung? Hier hätten wir Verschmutzung. Und hier hätten wir Verschmutzung. Äh. Hier unten Verschmutzung klären ist glaube ich am wichtigsten. Beziehungsweise wir können mal hier ähm kleiner machen und da. Genau. Dann machen wir nämlich hier weg. Das ist so nah an unserem Dorf. Und dann können wir hier unten auch noch Wald anpflanzen. Das wäre vielleicht mal eine sehr gute Sache. Hier haben wir äh Sägewerk. Das kann noch ein bisschen hier rein in den Wald. Um mehr Holz zu produzieren. Äh. Wir können das Sägewerk auch mal. Ah. Das Sägewerk ist begrenzt. Lagerstätten leer. Da oben. Sehr gut. Ach ja. Das läuft ja. Zwei Kolonisten sind noch hier. Um hier eventuelle Verteidigungsmaßnahmen zu machen. Gruppe Überlebender ist angekommen. Ne. Dann gucken wir doch mal was die wollen. Wen haben wir denn da? Ein Erwachsener, drei Kinder, zwei Senioren, vier sind verletzt. Sie bringen ein bisschen was mit. Oh, sie bringen fünf Teile mit. Immerhin. Äh. Da setzen wir da. Da setzen wir jemanden rein und dann geht er ins Feldlazarett und wir müssen mal gucken, wie viel hier. Die Häuser sind voll. Äh. Hier hinten. Da sind noch. Okay. Da sind noch. Da sind noch elf Plätze frei. Gut. Ratten fressen unsere Nahrung auf. Scheiße. Energieknappheit. Lagerstätte ist leer. Okay. Ähm. Ja. Lagerstätte ist leer. Ja. Äh. Gut. Ratten haben unsere Nahrung aufgefressen. Hm. Aber so ist das. Und da sind wir auf null Energie. Vielleicht sollten wir noch eine Solarzelle bauen. Denke ich gerade. Haben wir hier. Hier hätten wir noch Platz für eine Solarzelle. Solange bis wir die Teile zusammen haben. Haben wir hier. Ja. Hier hätten wir auch noch Platz für eine Solarzelle. Dann knall ich hier noch eine Solarzelle hin. Weil Komponenten haben wir. Dann wird da noch eine Solarzelle gebaut, dass wir tagsüber ein bisschen besser um die Ecke kommen. Und ein bisschen mehr Strom sammeln können. Immerhin haben wir zwei Akkus. Das wäre mal sinnvoll. Ähm. Oh. Was ist hier passiert? Hier haben wir Holzlager. Da sind die Bäume weg. Okay. Das heißt, du gehst jetzt. Arbeitszone verlegen. Du gehst jetzt mal hier hin. Zum Sachen abbauen. Das ist hier an der Verschmutzung vorbei. Aber hoffentlich geht das einigermaßen. Äh. Spezialisten Einzelbesatz bereit. Feinde wurden besiegt. Hey. Großartig. Dann. Feinde besiegt. Und wir sind schon wieder bei 500 Geld. Plünderer. Auch diese Plünderer sind nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Doch wenigstens musstest du nicht mit leeren Händen abziehen. Wir haben Kleidung gefunden. Hey. Sehr schön. Ähm. Haben wir sonst noch was, wo wir hier zuschlagen können? Wallaby könnte hier dieses Werkzeuglager plündern. Das macht er mal in der nächsten Runde. Und Donner. Ähm. Donner kehrt einfach zurück. Jawohl. Donner kehrt einfach zurück. Ist sonst noch irgendwer fertig? Nein. Wir haben hier unten. Äh. Genau. Wir haben hier unten. Ähm. Haben wir eine Position, wo wir Verteidigung machen können. Also zum ersten Mal. Wir haben hier überall Lebenserhaltung. Aber zum ersten Mal das Schild. Und hier machen wir Außenposten bauen. Und Verteidigungsaußenposten wird hier gebaut. Das hatten wir geplant. Und dann haben wir unseren ersten Außenposten geschaffen. Und wir haben hier Bonny Kämpferin. Tut auch gerade nix. Wir könnten Wallaby den Plünderer umwandeln in einen Ingenieur, wenn er fertig mit seinem Zeug ist. Und ähm. Ja. Müssen wir mal gucken. Irgendwer muss jetzt noch weiter. Ja. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Wir bauen einen nächsten, ähm. Einen nächsten Ingenieuraußenposten. Hier, äh. Ingenieurlager. Hier unten wieder. Das verschwindet dann ja, wenn man den Ingenieur losschickt. Oder die Ingenieurin. Ähm. Ja. Müssen wir mal gucken, wen wir da nehmen. Zioge. Ne. Zioge ist Späherin. Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Nähmaschinen wurde abgeschlossen. Jetzt können wir den Schneider upgraden. Und wir können bessere Kleidung produzieren. Stellt Kleidung aus hochwertigen Materialien her. Super. Das heißt, wir machen einen Upgrade. Bestätigen. Und dann müssen wir vielleicht noch einen zweiten Schneider bauen. So, ein Solarmodul wurde fertiggestellt. Wir haben ein bisschen mehr Strom, der uns, äh. Bessi ist erwachsen geworden. Ähm. Sehr gut. Wir sind noch nicht super, was Wissenschaft angeht. Äh. Wir müssen auch mal. Haben wir hier eigentlich jemanden, der Wissenschaftlerin ist? Wissenschaftler. Mr. Duddle. Ach genau. Die gehen gerade auf. Ähm. Dings. Wir werden unseren Wissenschaftler Mr. Duddle demnächst in den Süden schicken. Um dort Wissenschaftspunkte einzusammeln. Ja. Okay. Äh. Baufertig geschneidert Schneidermeister. Und hier unten können wir dann robuste Kleidung oder Standardkleidung. Genau. Wir machen robuste Kleidung. Wir haben auf jeden Fall das Metall dafür. Produktionslimit. Sagen wir einfach mal. Hörbar 100 auf. Aber, äh, ich meine, ähm, wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Aber wenn wir robuste Kleidung haben, sollte das dazu führen, dass die länger hält. Okay. Wir haben einen Toten. Wir haben eine Verstrahlung. Baufertig gestellt. Ingenieurlager. Sehr gut. Opal ist jetzt eine Seniorin. Äh. Hervorragend. Wir könnten Zioge losschicken oder unsere Kämpferin. Kämpferin hat 25 Damage. Aber die Geschwindigkeit ist niedrig. Äh. Ja, da würde ich sagen, wir wandeln sie direkt um, unsere neue Kämpferin. Ähm, Ingenieur kreieren. Bonnie bestätigen. So. Ingenieurlager. Äh, wir haben, wir haben, wir müssen jetzt einmal Lebenserhaltung und Medizin. Hier oben ist überall Medizin und so. Lebenserhaltung ist wahrscheinlich ein Stück weg. Hier oben wäre das erste mit Medizin, mit Lebenserhaltung. Das ist vier Runden entfernt. Kommen wir da. Das ist fünf Runden entfernt. Ha. So. Ich suche diese geschwungene Linie. Gucken wir mal hier unten. Da haben wir, das hier ist vier Runden entfernt. Hey. Wir könnten also hier hin. Dann machen wir es mal. Wir fahren einmal hier unten hin und machen hier einmal, äh, das Lebenserhaltung. Genau. Lebenserhaltung. Da bewegen wir uns einen Ingenieur hin, dass hier oben diese Sachen mal anfangen gesammelt zu werden, damit wir mit der Hauptquest weitermachen können. Aber ihr seht schon, das dauert super lange. Äh, Feinde besiegt. Hey. Und Spezialisten einsatzbereit. Jawohl. Einmal Wheeler. Feinde besiegt. Wir haben jetzt schon wieder ordentlich Kohle. Plünderer. Die letzte Plünderergruppe ist ganz klar die erfolgreichste gewesen. Ihr, äh, ihrer Beute nach zu urteilen, hat sie mehrere Siedlungen überfallen und alles mit Gewalt an sich gerissen, was ihr in die Hände fiel. Fortan wird sie keine Überlebenden mehr daran salieren können. Wir kriegen 400 Geld und 80 Metall. Mega gut. Äh, Wheeler ist Plünderer. Wheeler könnte. Da wäre Kleidung. Wheeler plündert mal Kleidung. Und Daddl. Wo haben wir hier? Haben wir hier? Äh, hier unten ist, da ist ein Standort mit Forschung, aber ansonsten war es das. Hier unten ist die Grenze der Map und da hinten müssen wir noch ein bisschen erforschen. Das heißt, ich würde gerne, haben wir hier irgendwo ein Auto? Ne, wir haben nur eine Schrottkarre da stehen. Da oben auch nur eine Schrottkarre stehen. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, unser Wissenschaftler Daddl muss mal neun Runden sich hier hin bewegen. Ganz einfach. Zu Fuß in den Süden gehen und diese Sachen erforschen. Vielleicht finden wir noch irgendwann ein Auto. Vielleicht bauen wir auch eine Garage, sodass wir ihn unterwegs einsammeln können. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber das ist eine Nebenquest erledigt. Das ist schön. Wir haben sehr viel Geld. Das heißt, der nächste Spezialist kann kommen. Sehr gut. Ähm, oh, und hier unten müssen wir noch ein bisschen was reparieren. Ähm, sonst ist hier alles gut. Wir haben wenig Jacken. Aber, okay, wir haben einen Schneider. Wir brauchen einen zweiten Schneider. Wir machen mal einfach hier kopieren. Wohin setzen wir denn mal einen Schneider? Machen wir hier oben einen Schneider hin? Oh, hier unten? Ja. 1, 2, 3, äh, 1, 2, 3. Super. Oder hier an die Seite? Ne, wir machen das so. Ja, gut. Hier unten kommt ein Schneider hin. Dann können wir uns überlegen, ob wir hier hinten, ähm, ob wir hier hinten ein Stromerzeugungsdingsibumsi hinsetzen. Weil, wenn ich jetzt hier mal auf Strom gehe, äh, Transformator. Hier könnte einer hin. Und dann hätten wir hier unten auch noch ein bisschen was abgedenkt. Und da könnte noch ein Solarmodul daneben. Äh, dafür brauchen wir 5 Komponenten. Die haben wir. Dann machen wir so. Und ein Solarmodul schön daneben. Und dann haben wir hier unten auch ein bisschen Strominfrastruktur, ähm, hergestellt. Wir brauchen nicht zwangsläufig hier, äh, doch für einen Schneider brauchen wir auch Strom, oder? Ne, brauchen wir nicht. Sehr gut. Das heißt also, hier unten werden wir dann jetzt Kleidung herstellen. Dann wird es uns wirklich viel besser gehen. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, dann würde ich jetzt mal sagen, wo hier gerade die Nacht einbricht, äh, bricht auch das Ende dieser Folge herein. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Danke, dass ihr da wart. Und, äh, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Erwägt den Kanal zu abonnieren. Ähm, ja, und wenn ihr irgendeinen Tipp habt, was ich anders besser, äh, oder so machen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020